Der August wird der YouTube-Monat. Nicht nur das YouTuber-Treffen auf der Gamescom, der Videoday, nein, auch eine geniale YouTuber-Party im Atrium in Dingolfing. Mit dabei sind Flying Uwe, Y.T.T., die Super Asia Brothers mit Cheng und meine Wenigkeit Christoph Krachten von Clixoom. Zusammen sind das 600.000 Abonnenten. Und es gibt was zu gewinnen. Ich haue 10 CDs, aktuelle und CDs meiner Gäste raus und dazu 10 Gratis-Tickets für diese U-Party. Wenn ihr gefällt mir, bei Clixoom auf Facebook, also facebook.com slash Clixoom klickt und unter dieses Video schreibt, wo diese Party stattfindet. Und einer der Höhepunkte dieser Party, die Versteigerung dieses verschwitzten Hemds. Das habe ich beim Interview mit Natalia Kils getragen und sie hat ihr Autogramm draufgesetzt. Sie ist ja gerade unterwegs mit LMFAO in den Charts mit Champagne Shower. Und unter einem Champagne Shower stehen wir dann auch in Dingolfing. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Und JimboXSL, du bist auch dabei? Richtig an, wir bleiben. Ja, 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 ja. Genau. Genau.